Ich will, wir können in den nächsten Fahrt starten. Und go! Wir sind doch mal aufgestellt auf Pferdebarkeit. Eine gute Stellung ist, wie du fahrst und ziehst, weil du nicht sicher bist, ob du überhaupt reinkommst. Und trotzdem packst du deine Kammer und du hast es zu, dass du dahinter in deine Belegung sitzt. Und das stück dir nicht, dass dann eben unter dieser Bestimmung noch zu weit ist. Wir sind jetzt sofort über Sekunden, Minuten, ja über Jahre hinweg, haben wir die Möglichkeit genommen, stärker und widerstandsfähig zu werden. Täglich stellst du dir die Frage, wie sieht's mit Bewegung aus? Ich schieb's dir sofort die Antwort. Und wegen der Zeit war zu stressig und gar keine Zeit gehabt. Ich schieb's dir und grüße ihn. Zahl mir deine Zeit reichen Rang, die du über Jahre hinweg hattest. Mit allen Wünschen und Zielen, die für dich in der Welt stehen. Und nimm sie als deine Motivation. Und sie bringen dich an dein Ziel. Mit allen Wünschen und Zielen, die für dich in der Welt sind. Aber nach dem Wünschen und Zielen, die für dich in der Welt sind. Guck mal hier oben! Ja! Ich geh auch oben durch hier! Ich zieh dir die Backsparker! Gut gemacht, ne? Ich geh auch oben durch hier! Wohre? Du voulezcheina Chainале! Ich geh auch oben durch hier! Wohreblick auf hier! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja groß. Das war's. 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 Das war's.